Hallo, hier ist Ronja und wir spielen eine weitere Runde Skribbel. Au, ich habe ein schönes Bild. Okay, Achtung, kommt mit auf eine Reise. So, warte, erst mal auf den Hintergrund, ja? Auskommen, nee. Aber guter Tipp, lass mich malen, ich mal was Schönes, okay? Was ist das? Florian, lass mich malen, ich mal was Schönes. Hä? Hallo, ich habe gesagt, lass mich malen, ich mal was Schönes. Okay. Das ist ein Pilz. Das ist kein Pilz. Das ist ein Autositz. Richtig, so, jetzt geht's weiter. So, ich malen ja weiterhin was Schönes. Und zwar. Das ist vielleicht ein eher hässlicher Mensch, gebe ich zu. Ja, das war ein bisschen dünn geraten eigentlich. So, es geht um das hier. Nice. Ja, ich weiß, dass es das Gurt ist. Also, ich weiß, dass es das Gurt zum Schluss ist, ja? Ja, aber wie heißt es? Wie nennt man diese Art von Gurt? Hä? Ist das ein Gurt der Sicherheit vielleicht? Ah, Sicherheitsgurt heißt das. Tops, sagst du ernsthaft, Autositzgurt? Ja, Alter, genau, ich könnte, du wirst jetzt nicht sagen, aber so. Ja, der hat das Internet gelacht, aber ich halte ihn auf. Stopp! Ja. Gebe ich dir nen Daumen hoch. Entschuldigung, okay. Und wieder weiß im Hintergrund, schwarze Farbe, wie immer. Ja, du halt die, halt die Klappe. Uiuiui. Ja, das ist ja ambitioniert. Ähm. Okay, das ist eine von diesen Masken. Nein, das ist keine Maske. Das ist ein Häschen. Oh, das sieht cute aus. Okay, das Auge sieht ein bisschen aus, als ob da jemand schon mal raufgehauen hätte. Oh, das ist legit cute. Ich überlege gerade. Was soll das sein? Eine ganz berühmte... Ich weiß nicht, was die zwei Wörter sind. Das ist... Wie schreibt man das? Ja, oh... Ich hab mir Wasser mit Liebläten und Eis gemacht. Wie schreibt man denn das erste Wort? Wie ein Fehler im Spiel. Hä? Wenn du einen Fehler im Spiel hast, man darfst einen... Error. It's not a huh, it's a feature. Ja. Sagt man ja auch. Loll, wieso schreibt man das denn so? Erster Platz. Oh, bloß, aber nah dran. Auspuff. Ich mach mal Auspuff schon mal in... Ja, unbedingt ein Hotkey machen. Was ist denn das? Blauer Himmel. Ich mach jetzt mal... Das ist der Himmel. Ich mach jetzt eine Kunstwerk. Okay, eine Kunstwerk. Ich mache eine Kunstwerk. Bist du Franzose? Es ist so ein bisschen... Wie heißt das? Expressionistische Kunst? So ein bisschen andere Formen und Farben. Äh, was soll das sein? Jetzt kringelt er. Was ist Durchfall? Ja. Nein. Braun ist einfach eine unvorteilhafte Farbe. Ich dachte, keine Leih. Okay. Was ist denn das? Insel. Nee, das ist ein Surfer. Das ist ein I. Aber warum fängt der Surfer mit I an? Ja, das ist ein I. Das ist ein I. Äh, Kanufahrer. Aber er fängt auch nicht mit I an. Nö, nö, nö. Wo ist der? Ja, keine Ahnung. Wo ist der? Okay, warte mal. Der fährt grad hier. Ja. Und der will sich was holen. Das hier. Den gelben Kreis. Ja, warte. Und da ist manchmal sowas drauf. Pizza. Und sowas. Und das ist eigentlich ein Land mit den Farben. Italien. Oh no. Ich wollte Benidik. Hä, warum ist das Pink, Flo? Äh, keine Ahnung. Die Häuser sind halt so die alten. Ich hab das nicht als Häuser identifiziert, leider. Oh, da mal ich. Okay, pass auf. Also, ich bin kein großer Künstler. Aber. Wir können das mal versuchen. Ich hab ne Vision, was ich malen will. Es wird wahrscheinlich nicht so werden. Hä? Ohrwaschel. So, pass auf. Das wird. Es ist ein Tier. Ja, es ist ein Tier. Das ist richtig. Ich finde es so eine alte, hübsche Katze. So ein Katzengott. Nein. Okay, vielleicht ist es einfacher, wenn ich schon mal das Fell anmale. Weil, es gibt oft so diese, das ist so der Kopf. Und dann hat er so viel Fell. Wow. Ich weiß nicht, wie du das erraten hast. Hä? Bin ich ganz ehrlich, Flo. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das hat so viel Fell. Das sieht überhaupt nicht wie das Wort aus. Ne, tut's auch nicht. Ich bin auch frustriert. Ich hatte ne Vision, aber es sieht voll nicht so aus. Und es ist richtig hässlich. Guck, okay. Du bist ja so witzig. Na schon. Auspuff? Irgendwann willst du ein Auspuff werden, Gerwig. Der Auspuff wird kommen. Das ist ein... Das ist ein Elefant. Ja. Ja. Und was hat der Großes? Welcher Elefant hat diese... Dumbo. Oh. Hä? Das ist aus wie ein Hammer. Das sieht legit aus wie ein Hammer. Ja, aber ein cooler Hammer mit großen Ohren. Oh nein, ich will Flo reinholen, aber das wird niemals, wenn ich ihm weiter Punkte gebe. Okay, erstmal... Obviously. Der Auspuff. Das ist ne Windschutzscheibe. Das ist ein Fernseher. Was ist das? Oh fuck, das wollte ich nicht. So. Jetzt! Ihr wisst... Ihr werdet wissen, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Oh! Nee. War nicht. Nee, 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 nee. Die Gitarre ist zu lang. Okay. Es ist ne Uhr. Was ist das? Und was zeigt ihr an? Die Zeit. Das ist wichtig. Ja, und was für ne Zeit? Ne, nicht Uhrzeit. Das ist ein Timer. Okay? Okay. Und wie viel Zeit ist da noch? Ja, nichts. Na, warte. Nee, nicht nichts. Guck genau. Eine Sekunde. Einer. Oh. Oh, okay. 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 Ich hab's literally gerade gesagt. Ich finde, dass es ganz gut geworden ist. Es ist wirklich schön gemalt. Ehrlich. Ah, wow. Wow. Danke. Danke. Pokémon? Nein. Ja, dachte ich auch. Ja, wie soll ich denn, was, bei mir ist noch nichts, achso, nein, ich weiß noch nicht, wie soll ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie, warte mal, nimm einfach die Wörter auseinander und mach zwei verschiedene Zeichnummern. Das geht ja nicht, ich hatte eben Ausfall zwischen Dichery-Do und Dexter noch. Wie soll ich Dexter oder Dichery-Do machen? Ich weiß nicht, wo es beides irgendwie so ist. Dichery-Do sind diese von diesen australischen Eingeborenen, irgend so diese Rohr-Instrumente, weiß ich mal? Ja, aber warum? Okay, ich weiß jetzt, wie ich das Ding langsame Muster mache. Flo nah dran. Warte, ich muss gucken, ob ich die Flagge wegkriege. Ich find's schön, dass Topstar in der Runde immer mit so 20 Sekunden Rage beginnt und einfach nichts zeichnet in der Zeit. Ja, okay. Ja, ich muss wissen, wie, wie ich das mache, warte mal. Und jetzt hast du die Lösung gefunden und hast dann drei rote Blöcke gemalt. So, zack, hier, da. Ne. Ist es umgefallenes Gesicht? Ne, warte. Ist es wieder weg? Nein! So. Jetzt war es auf. Jetzt war nur die gleichen Blöcke schon wieder. Was ist das? Das siehst du gleich. Hä? Cool. Das ist eine Flagge. Ja. Auf welchem Land ist das die Flagge? Ja. Das stand mir zur Auswahl. Ich wusste nicht, wie die Flagge aussieht. Ich muss erst mal googeln, damit ich weiß überhaupt, wie die Flagge aussieht. Weißt du, Tops, du kannst auch mal, wenn du eine Flagge malst, wenn du eine Flagge malst, dann mal doch einfach bitte auch ein viereckiges Grundrechteck. Nein! Warum nicht? Das ist Tops. Ja, das ist Tops. Kasse dich. Oh, Tops. Okay. Tops ist zersägt worden. Warte, warte, warte. Oh nein. Was ist das? Ist das eine Kettensäge? Ja, und was ist das? Ich finde das nicht in Ordnung, dass ich immer als Objekt behalten muss, um irgendwie das Sachen genau darzustellen. Ich finde das schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Ich führe. Ah, ich finde es sehr gut, dass Wanya sich auch in die Prinzipien will. Wanya? Hey, hab ja schon wieder gestorben. Warum wollt ihr mich umbringen? Ja, 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 er ist tot. Warum wollt ihr mich immer tot sehen? Und jetzt wurde dann vielleicht sowas rausgenommen, wie, sagen wir mal, Was? So was. Ist das, was Tops nicht hat in der Szene. Das gehörte da rein und dann war da noch so eine Art. Das ist halt schwer zu zeichnen. Du hättest eben roten rummalen müssen. Ich habe gedacht, das wird schwierig, wenn ich das alles noch ins Rote reinmatsche. Fingerpuppe! Warum kriege ich Fingerpuppe vor? Fingerpuppe ist echt nice. Ja. Also... Nein! Das hier ist... Wüste ist es nicht? Nein. Das ist ein Kind. Das blinkt. Das ist ein Typ. Das ist ein cooler Typ. Der ist am Strand. Nee, der ist nicht am Strand. Der ist in der Wüste. Der ist in der Wüste. Er sucht nach Wasser. Ja. Und das ist diese... Der will... Der hat nämlich... Ja, doch. Ja. Respectable. Ich wollte noch so eine Denkblase. Okay, ich hab was geiles. Du weißt. Okay, warte. Okay, okay. Ist das ein Fenster? Okay, warte. Nee, 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 nee. Jetzt kommt wieder was von mir aus. Geht schon wieder los. Komm schon mal nach oben. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde das eine schöne Zeichnung. Ich finde das eine schöne Zeichnung. Oh, ihr beide seid da? Warte, 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 warte. Und wir sind alle da? Wie schön. Okay, warte. Und dann gibts dann noch sowas. Okay. Hä? Ich bin... bisschen verwirrt. Warum brennt das? Du hast einen Einfall und zeichnen dann verwirrt drauf und los. Nee, 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 nee. Das hier? Ja. Passiert? Was ist das? Das passiert, wenn ich das hier werfe. Das passiert, wenn ich das hier werfe. Dann macht... Oh, Server. Oh, wow. Das sieht aus wie eine Grafikkarte oder ein Gaming-PC, der an Flammen steht. Okay. Pass auf. Ich hab das schonmal gehabt, glaub ich. Hä? Aber ich hab das jetzt schöner. Warte, warte. Eigentlich ist das Gelbe Beige, müsst ihr euch immer vorstellen. Hä? Das Gelbe ist Beige. Warte, das ist eigentlich Rot. Das ist auch, glaub ich, andersrum. Haaaaah. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Hä? Du hab's nicht Beige. Hast du normal Hautfarben machen können? Ja, aber es gibt keine Hautfarben, leider. Ja, so lila, pink. Warte, so besser? Das sieht auch komisch aus. Ja. Jetzt sieht das richtig so teufelisch aus. Es soll glücklich aussehen, aber es hat nicht geklappt. Sieht verflucht aus. Wie war das normal? Du musst den Fernseher noch reinbauen. Ne, es haben nicht alle einen Fernseher. Das ist ja... Der heißt Po, der hat keinen Fernseher. Papi mit Doppel-P. Ah, Kacke. Tops. 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 Oh, du hast auch richtig viel... Holy Flo, was ist da los? Ha, ha, ha. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab die irgendwie den Highscore gar nicht so im Blick. Können ja auch in die kicken, wenn du willst, Tronya. Können ja auch in die kicken, wenn du willst, Tronya. Können ja auch in die kicken, wenn du willst. Na, würd ich ja nicht machen. Ah, welches Land ist das? Warte. Ich muss nochmal genau nachgucken. Ob das jetzt so richtig ist. Naja, ne, warte, ich muss das falsch gemacht. Tobias, hast du falsch gemacht. Tobias, hast du falsch gemacht. Tobias, hast du falsch gemacht. Ich hab's falsch gemacht. Ach Tobias, hast du falsch gemacht. Kroatien. Ja. Hä? Nein. Was ist denn das? Ah! So simpel. Okay. Ich hab nen neuen Weltrekord. Oh, ich mein jetzt... Oh, guck mal. Das ist ganz geil eigentlich. Bonja. Weil hier können wir doch mal einen Tupst machen. Bonja. Ich würd dich doch niemals kicken, wenn du Tupst. Allein schon, wenn du am Anfang die grüne Farbe siehst. Denn es füllt sich mein Herz mit Freude. Ich hab nen Daumen hoch. Okay. Das ist... Das ist Tobst, sein Bürosessel. Ist ein bisschen durchgesessen, weil Tobst so dick ist, wahrscheinlich. Jaja. Okay. Und das ist er. Hat ne aufrechte Setzposition, immerhin. Tobst, hast du, äh, frühzeitigen... Haarausfall? Was ist denn, was ist so ne Raupe? Okay, was macht... Warte, warte, warte. Dann ist hier der Tisch. Okay. Aha. Okay. Und dann ist das sowas. Oh, nice. Träuchel. Und da schlägt Tobst die ganze Zeit drauf. Das stimmt. Kein Konflikt. Okay, weißt du was, Flo? Den Sieg hast du dir ehrlich verdient. Ich hätt ihn doch gekickt, Ronja. Ich mag dich gar nicht mehr live. Gar nicht mehr. Vor allem das letzte... Die Gesichter wird auch nicht schön. Gut, dann war's. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ihn da hoch da. Wenn euch die Zeichnungen von Tobst gefallen haben, dann schreibt das in die Kommentare. Und genau, macht vielleicht Fanarts. Ja, das ist ne gute Idee, Flo. Und dann taggt ihn da auf Instagram. Da freut er sich. Macht das. Macht's gut. Ciao.